Hallo liebe Orakelfreunde, ich schaue für dich in die Karten. Was darf ich dir jetzt mitteilen? Was solltest du jetzt hören oder sehen? Und es kann sich um jedes Thema handeln. Ich weiß nie, welche Botschaften durchkommen möchten und spüre dich da einfach hinein, welches für dich bestimmt ist, was nicht, ist für jemand anders bestimmt. Und vielleicht ist etwas dabei, was du jetzt hören sollst, was jetzt zu dir finden soll. Ich bin gespannt, deswegen fange ich auch gleich an. Mal gucken, was die Charmes dazu zu sagen haben. Dann greifen wir mal beherzt rein. Wir haben ja einen Fahrstuhl, Fahrstuhl, Rollstuhlfahrer, ein Gespensthammer hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist ein Flamingo. Ich gehe mal von Flamingo aus. Dann haben wir hier das Künstlerische, Kreative, das Malen und mit den Pinseln. Und den Waldhirsch hier, der Herr des Waldes. Okay, ein Impulskärtchen für dich von den Engeln. Mal gucken, was da so gerade durchkommt. Und Integrität. Das ist einer meiner Lieblingsworte, Integrität. Das hat wirklich viel Gewicht. Schau mal, wenn es ein Gegenüber gibt bei dir, dann schaue ich auch da natürlich rein und ziehe ein paar Orakelkarten. Damit fangen wir mal an. So. Da räumen die Engelskarten schon ab hier. Okay. So, fangen wir mal an. Was ist denn die herrschende Energie gerade bei dir? Mal gucken. Okay, da fällt schon was raus. Einsamer Roboter. Oh je. Wer immer nur funktioniert, vergisst dabei sich selbst. Stress macht einsam. Verpflichtung, Ja-Sager, Mitläufer und funktionssüchtig. Es gibt ja viele Arten von Süchten. Und wenn man da der Herr des Waldes ist, oder der Flamingo, wo hier... Ich lege das mal hier so ein bisschen auf die Seite, damit wir hier Platz haben. Ja. Ich meine, da schaden sich ja noch ganz viele andere Flamingos um einen. Und da hat man wirklich ganz, ganz viel zu tun und zu machen. Und sich vielleicht auch um andere Menschen hier zu kümmern. Vielleicht im beruflichen Bereich. Und da ist man sehr angespannt. Man möchte eigentlich Hobby und Kreativität leben. Was vielleicht aber jetzt gerade nicht möglich ist. Und dann kommen da so die Geister, die ich nicht rief. So, ich würde gerne mal Zeit für mich selbst haben. So, mal schauen. Ich nehme die mal Mara-Karten und frage mal, wenn es ein Gegenüber gibt. Frage ich einmal nach. Ich bin ja kein Papa-Guy. Und ich frage einmal höflich nach. Und wenn der nicht sprechen will, dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber fragen kann man mal. So, ich wollte gerade fragen. Wie sieht dein Gegenüber dich? Und was fühlt er? Was denkt er? Und da gehen wir mal drauf ein. Wow. Du bist in einer sehr schönen Energie. Er sieht dich hier als sehr attraktive Dame. Ja. Und die auch ihren Selbstwert kennt. Ja. Die sich da im Spiegel anschaut und weiß um ihren Wert, wollte ich sagen. So, was denn noch? Also, ich habe ja hier bei jedem bekannten Stellen, ja, habe ich hier so, man sieht da, ja, so sieht man, Smilies draufgeklebt. Weil ich muss in den YouTube-Videos hier, wo ich hochlade, wirklich zensiert sprechen. Klar, bei einer persönlichen Legung live eins zu eins ist das anders. Also, da nehme ich wirklich kein Blatt vom Mund und da rede ich dann auch, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ja. Aber hier in den Videos muss ich mich leider zügeln. Das heißt, ja, YouTube verpasst da gerne mal einen Maulkorb, gell. Dementsprechend, ja, hier überall Smilies draufgeklebt, wo halt, ja. Aber es gibt natürlich Karten. So, ich zeige es mal kurz. Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt. Ich habe gar nicht so viele Smilies, um das da aufzukleben. Ich lasse die jetzt andersrum liegen. Aber du weißt Bescheid, was da drunter liegt, ja. Also, es ist wirklich hier die Stärke und die Anziehungskraft. Dein Gegenüber fühlt sich sehr, sehr stark zu dir hingezogen und würde sich wünschen, dass du da an seinem besten Stück klebst, ja. Also, deshalb kann ich das jetzt nicht erläutern. So, die Karte spricht für sich, genauso wie die hier, ja. Der ist total geschockt hier und ist angezogen, komplett im Anzug mit Schuhen, mit Socken, ja. Komplett zugeknüpft bis oben hin, sogar mit Hut, ja. Und du bist hier komplett entlöst, ja. Und da ist er so ein bisschen überrascht, ja. Am liebsten würde er das so haben, so leben. Vielleicht warst du ja mal in so einer Energie und das kann sein, dass er sich das wünscht. Oder du warst noch nie in dieser Energie und bist selbstbewusst, ja. Entweder das eine oder das andere. Für die einen so, für die anderen so. So oder so, der hat sehr innige, hitzige Gedanken, ja, an dich. So, ich gucke mal da ein bisschen rein mit den Orakelkarten und dann am Ende machen wir da mit den Tarotkarten. Ich hole dich jetzt wieder ins Bild, jetzt haben wir ja Platz. Genau, schaue ich dann nach, was für dich dann wichtig ist, gell? Ja, so. Nein, gegenüblich, ich wollte gerade schon wieder die Frage stellen. Ah je, da gab es, oder gibt es Hindernisse und Sorgen. Ihn belastet irgendwas ganz, ganz heftig. Ein innerer und äußerer Kampf. Hier haben wir einen Todesfall. Falls es so sein sollte für den einen oder anderen, dann bedauere ich natürlich dessen Verlust, ja. Und dementsprechend ist er natürlich auch nicht in der Verfassung da, dann sich um andere Dinge zu kümmern, wenn man in Trauer ist. Die fünf Phasen der Trauer sind ja auch in Wellen und dadurch läuft es ja anders und in einem anderen Tempo, ja. Hier haben wir eine gute Dame, eine ältere Dame, warmherzig und fürsorglich, sehr lebenserfahren. Vielleicht tut dir da die Dame ja zuhören oder du bist da mit einer Dame involviert. Kann aber auch bei deinem Gegenüber sein, ja. Du musst da reinfühlen, wer die Person ist und die steht hier wohl zur Seite, vielleicht bei deinem Gegenüber. Ja, das ist ein langer Weg und da muss man jetzt durchhalten. Irgendwas ist hier, wo man da bewältigen muss. Also wirklich etwas, was schwerwiegend ist, ja. Und in dem Moment, ja, hat man auch den Kopf dafür nicht. Dann hat man so einen Tunnelblick, ne. Vielleicht ist er ja auch so ein Mensch, der sich gerne in die Arbeit stürzt oder sich damit versucht abzulenken, ja. Um die eigentlichen Lebensthemen drumherum zu schippern, ne. Man ist ja beschäftigt, man ist ja, hat ja zu tun, man kann ja gar nicht drüber nachdenken oder, ja, in die Hinsicht, ja, agieren. Aber wenn man das eigene Glück will hier, wo mir jetzt gerade so ins Auge springt hier, dann muss man was dafür tun. Schau mal, ja, das springt mir gerade so ins Auge. Ich weiß nicht, warum jetzt, aber ja, gut. Sollte es so sein. Schauen wir mal, Tiva. 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 Die Diva. Schauen wir mal. Tiva. Vielleicht ist es ja eine Diva. Wer weiß. Auch Stunden im Bad. Überall verteilt die Haare. Und du regst dich drüber auf. Vielleicht ist es ja auch dein Mann. Ich weiß es ja nicht. So. Uh. Okay. Was haben wir da? Ah, alles klar. Ah, und die Fische. Okay. Ja, wirklich hier der Beruf. Da wird finanziell dran gearbeitet, Wohlstand und Fülle. Und das soll jetzt, ja, in den Hafen fahren, sozusagen. Ja, man wartet quasi förmlich drauf, dass da was sich jetzt positiv gestaltet, was vorangeht. Es geht zwar langsam voran, aber es geht voran. Und da wird aber wohl auf etwas gewartet. Vielleicht ist der eine oder andere auch auf Reisen oder auch du. Ja, kann ja auch sein. Hier bei den Flamingos irgendwie im Urlaub. Ja, kann ja auch sein, dass du da auf Entdeckungsreise bist oder dein Gegenüber. Und da ist jetzt Aufbruchstimmung. Also irgendwas soll jetzt da in den Hafen einfahren und da dann abgeladen werden. Schauen wir mal. So hat er innerhalb von sechs Monaten. Ja, es kann sein, dass es schon war oder jetzt auch ist. Und natürlich die Wege, ja, da werden Entscheidungen getroffen. Und es kann sein, dass es auch auf Umwegen passiert, ja, dass es sich hier langsam verzögert und die Reise dann langsamer vorangeht als sonst, ja, oder erwartet oder sich gewünscht. Und vielleicht kann es auch für den einen oder anderen sein, dass man darüber nachdenkt, dass man getrennte Wege geht, ja. Und dementsprechend ist das natürlich kein leichtes Unterfangen hier. Ja, so, mal gucken, gehen wir mal tiefer. Tief, ja, tiefer, tiefer, tiefer. Eieiei, noch eine Karte. Noch eine Karte, bitte. Ja, ja, Gewinnen und Verlieren findet zwischen den Ohren statt, gell? Sagt sich so leicht, gell? So. So. Ich wollte es gerade noch sagen. Abhängigkeiten in der Beziehung, ja. Vielleicht möchte man da etwas beenden. Vielleicht steckt dein Gegenüber auch in einer Verbindung, wo er das beenden möchte und ist mit dieser Dame vielleicht schon länger zusammen, wegen dem Alters her, dass da dann schon ein langer Weg gegangen ist und jetzt da, ja, dass dann halt nicht mehr so ist, wie er sich das wünscht oder sich nicht mehr wohl fühlt. Und vielleicht deswegen auch der Workaholic, kann ja auch sein, ja. Ja, die Kraft, ja, ernsthafte, ernsthafte Bemühungen. Er möchte in seine Kraft kommen und, ja, Idealisierung des Partners. Vielleicht hat er sich da auch das eingeredet, dass das, was er bisher jetzt so gelebt hat, das ist ja gut so, wie es ist und man möchte jetzt mal beginnen und, ja, so wie es sein sollte, ist es zwar nicht, aber das ist ja auch nur, ja, der hat Angst, dass es, wenn er sich darauf einlassen würde, Moment, ich muss ihn mal zurückkriegen, so, dass er da vielleicht Bedenken hat, das, was er vorher sich ja darauf eingelassen hat, war ja auch nach einer gewissen Zeitspanne, wie er mit dem Faden, ja, und mit der Schere in der Hand, also, ich muss ihn mal sehen, ja. Also, da war es ja dann auch nicht mehr so schön und vielleicht möchte der das jetzt auch ändern, ja. Es ist für den einen so, für den anderen so, guck mal, spüre ich hinein, was da für dich stimmig ist, ja. Und denk dran, es hängen keine Geschlechtsteile dran und auch keine Namen. Also, persönliche Lebungen, erstens kann ich da wirklich unzensiert reden und zweitens ist da, ist es natürlich dann anders, also, da weiß man ja überhaupt, wen man, oder wie man hier auf dem Tisch hat dann, welche Karten. So, was hat er denn mitzuteilen? Spiegel, das, was du fühlst, fühle ich auch. Ah, je, ihr kennt euch wohl schon ein bisschen länger, kann das sein? Ist aber im Unterdeck unterbewusst bei ihm. Stress, ich stehe zur Zeit unter großem Druck, es macht mich fertig und, ach, hier, ja, Lektion, ich wusste nicht, was ich hatte, bis ich es verloren habe. Ah, also, dann habt ihr wirklich eine Vorgeschichte hier, ne. Vielleicht geht es ja auch schon länger, vielleicht ist es auch hier so eine On-Off-Sache, es kann ja auch sein für den einen oder anderen. Mal sehen, schauen wir mal, was hat er denn noch mitzuteilen? Das dürfen wir wissen, was darf ich dir mitteilen? Was ist jetzt wichtig? Huch, da fliegt es schon durcheinander. Oh, hier ist das. Also, auf die umgedrehte Karte hier, gell, folgt dann auch noch das hier, gell. Ja, also, ja, Sex macht dominant, gibt Richtung an. Ja, Kontrolle ist sehr dominant. Ich lege die genauso gleich rum auf, das Vorige, ich finde, das passt dann so ein bisschen. Was haben wir denn in Unterdeck? Ja, hier, verlassen. Unterbewusst bei ihm denkt er über das Verlassen einer Situation nach. Ja, weiterziehen, wir sollten getrennte Wege gehen, loslassen. Den einen so, das andere so. Ja, da macht er sich einen Plan, weil irgendwie hat er eine große Anziehungskraft dir gegenüber. Das ist ein Lernprozess und, ja, das Verhalten spiegeln. Also, da auch wieder mit dem Spiegel das apart, ja. So, mal gucken, wird man noch was wissen? Ich frage dann auch nicht weiter, sondern, okay, da will es nicht rein, dann soll ich reingreifen. Ja. Date, auch wieder Planung, Aufwand, Bemühungen, schöne Stunden, zu zweit. Okay. Träume, ich träume von dir und kommunicieren, von dir. Kommunikation, jetzt habe ich es, über Träume, achte auf Botschaften. Ja, wenn ich da sehe, ist mitteil, unsicher, ja, nein, Zwiespalt, am Überlegen, schwere Entscheidung, alles offen, ja, hier. Das ist so ein Hin und Her, dieser Herr ist sich, ähm, im Unterbewussten schon klar, dass er was verändern muss, ja, dass etwas an Altes gehen muss, damit man die Hände und vielleicht auch das Herz frei hat für etwas oder jemand Neues, ja, oder etwas Neues. Kann auch sein, dass der sich wehrt und das gar nicht, gar nicht wollte und dann, dann kam Polly, gell. Oh je, schwere Energien hier, hm. Zieh eine Zeitkarte für dich, normal bin ich nicht so für Zeitkarten, weil eben Zeit ist relativ und fließend, ne, aber irgendwie soll ich das in dieser Reihe machen, dann mache ich das natürlich. Mal gucken, welche Botschaft durchkommen mag. Okay, und was ist die Karte hier? Zwei Tage, zwei Wochen, jetzt geht es gut voran. Das hatte ich schon mal in irgendeiner Erlegung, ich weiß jetzt nicht bei wem, aber, ja gut, es geht voran. Sag mal hier, noch zwei wieder, Montag, tausche dich aus, lass dich beraten. Und, ja, die Skorpionkarte, die Acht, heile die Wunden, acht Wochen, acht Monate. Also eine Wiederholungsschleife geht hier zu Ende und Dauerkarussell auch. Das ist doch schön, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich ziehe dir Wölkchen und zwar sind das so reflektierende Karten mit verschiedenen Farben und Sätzen drauf und sehr schwierig zu mischen, aber ich habe es jetzt endlich drauf. So, ja, in einem Kommentar, da gab es eine schöne Nachricht mit, ich soll das Ding doch beim Namen nennen, wenn es doch so abgebildet ist. Würde ich gern, Schatzele, aber ich kann nicht. Es ist halt hier, ich muss, weißt du, ich will ja nicht, na, jetzt ist die Wolke abgauen. Diese, die hat, die ist auch schon ganz wurscht hier. Moment, ich taue mal kurz ab, bin gleich wieder da. Ja, komm, ist okay. Ich meine, dann ist sie auch noch andersrum gefallen, dass ich gar nicht sehe, was da ist. Oh, heieiei, Entschuldigung. Ach, heie, bist du noch da? Geht's dir gut? Hast du keinen Schädel-Hirn-Trauma, hoffe ich doch. Oh je, 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 oh je. Okay, so, bin wieder da und ich hoffe, das geht dir gut. Okay. Ich glaube, die zwei sollen sein. Ich lege mal die Wölkchen beiseite. Was sind deine Wölkchen? Was darf denn jetzt beachtet werden? 37. Wir haben hier so eine Farbe bürsig-gelb. Ja, sie kann dich nicht wegdrücken. Ihr seid eins. Oh Mann, oh Mann. Was soll ich dazu sagen? Dann haben wir hier so rosa, beige, 38. Also 37, 38. Ja, sie ist ein Geschenk. Sei dankbar. Dankbarkeit ist die höchste Energie absolut. Und dann kommen noch mehr Sachen. Also die Energie funktioniert nicht. Das ist nur ein Strudel nach unten. Aber die Energie, die führt nach oben. Was habe ich vorhin gesagt? Gewinn und Verlieren findet zwischen den Ohren statt oder sowas? Naja, lassen wir es mal so wirken. So. Jetzt aber. Jetzt ans Eingemachte. Jetzt kommen wir zu dir. Fragen wir nach. Was ist jetzt für dich wichtig? Was sollst du jetzt beachten? Worauf sollst du jetzt deinen Fokus legen? Was ist es jetzt wert, worauf du deinen Fokus legst? Das ist nicht so rätselig heute, gell? Nee, nee. Nee, nee. Sagst nee, 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 nee. Alles gut. Läuft. Bitt toll. Mit jedem Faser deines Herzens. Läuft. Okay. Ah, ja. So, was haben wir denn hier? Ja, der Narr. Ein Neubeginn. Absoluter Neubeginn hier. Sehr schön. Oh, die Königin der Schwerter. Oh, Eiszeit. Da weht ein eisiger Wind durch den Arbeitsvertrag von jemand anderem, wenn du da denjenigen betreust und der Chef bist. Ja, also da zückst du dein Schwert und machst da mal kurzen Prozess. Also, ja. Es kann natürlich auch eine Liebesthematik sein oder auch familiär, freundschaftlich kann alles sein hier. Du startest neu und ziehst deine Grenzen. Und die Königin der Schwerter, die hat kein Problem damit, Grenzen zu ziehen und da wirklich Verbindungen zu kappen von jetzt auf gleich. Also, ja, hier die Mäßigkeit und dementsprechend, die Lotus, das sind Osterglocken, so wie das aussieht. Vielleicht war da etwas in der Zeitspanne oder eben beginnt was Neues. Und hier mit der Vergangenheitskarte sozusagen, da kommt etwas in dir hoch oder es wird dir etwas präsentiert, vielleicht in deinen Träumen, wo du dann wirklich denkst, Ne, dass das noch präsent ist oder dass das noch da ist. Ich möchte da auf eine Klärung, bitte. Ich möchte da eine Klärung. Alle Karten kommen hier auf den Tisch, ja. So, mal gucken. Wo hat das da? Ja. So, was haben wir denn? Ja. Du hast hier wirklich eine Entscheidung zu treffen. In deinem Kopf geht es gerade rund. Absolut. Soll ich jetzt das oder soll ich jetzt das? Wenn ich das mache, könnte das. Wenn ich da ein Standbein, dann könnte das ja auch. Aber wenn ich da auch noch ein Standbein, könnte das vielleicht auch. Wenn alle dann vier Säulen dann irgendwie Standbeine sind und da alles zusammen irgendwie in Rädchen, ins Rädchen einrastet wie eine Uhr und dann läuft es, ja. Du bist hier irgendwie etwas am Machen, Kreieren und das gibt dir Bedenken, weil in der Vergangenheit ist schon sehr, sehr vieles schiefgelaufen. Und du hast da wirklich, wow, du hast dich wirklich wieder, du hast vom, ah, jetzt kriege ich es halt. Du hast vom, ja, Baustelle oder von Schutt und Asche lag sozusagen, dir dein Leben jetzt neu aufgebaut und grenzt auch wirklich ab. Alles, was dir nicht gut tut oder was nicht der Sache dienlich ist, kann gehen und kann auch wegbleiben. Du kommst hier in dein Glück, ja. Ich finde immer, die Sonne hat so, ja, mit dem Narben dann am Anfang, ja, und Königin, du hast ja schon alles durch, ja. Du hast alles durchlebt und dich bringt so schnell nichts mehr vom Thron, ne. Und dementsprechend kann auch sein, dass es wirklich hier eine Liebesthematik ist, wo sich auch noch dann löst. Sobald du die anderen zwei Aufgaben, wo du gestellt bekommen hast, gelöst hast, dann geht es wie ein Uhrwerk, das dann Rädchen in Rädchen und dann macht es, zack, und dann läuft es. Ja, und dementsprechend, du hast da dich abgegrenzt und hast da wirklich mit den Aufgaben gekämpft und jetzt findet ein alter Zyklus ein Abschluss. Du wirst da jetzt wie neu geboren hier, ja, neues Leben, neues Glück und ja, das Alte lässt du hinter dir und die Sache, die dir nicht mehr dienlich ist auch und dann ist es sehr, sehr gut. Ja, Integrität, das stimmt hier, das ist absolute klare Sache, ja. Tu das, was dir gut tut und ja, der oder diejenige, die dir gut tun, die dürfen bleiben und alles andere kann gehen. Nee, ist keine Kunst. Das ist das Kunst, da kann das weg. Nein, das ist keine Kunst. Das ist nur der Feuerlöscher. Nein, der ist unverkäuflich. So, ich hätte ihn aber gern, gell? Ja, so, irgendwie sowas. Also, ja, dann lasse ich das so jetzt stehen und ich bedanke mich für alle Likes, Abos, Kommentare. Ich freue mich riesig über alles und lese natürlich die Kommentare. Habe nicht immer die Zeit zu antworten, aber wenn ich dann ein Like und ein Herzchen da lasse, dann weißt du, ich habe es auf jeden Fall gelesen. Es ist zu mir durchgedrungen, ja, also sei nachsichtig da mit mir. Es kommen jetzt weitere Legungen und freue mich schon riesig drauf. Ich bin gespannt und mal sehen, was sich da dann alles so zeigen mag. Ich wollte mich noch bedanken bei einer ganz lieben Dame, ja, Jutta, wenn du das jetzt hörst. Ich bedanke mich noch bei dir persönlich. Das werde ich noch machen. Ich beende jetzt erst die Reihe und dann gibt es ein Dankeschön, gell? Hab dich nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Das ist nur, ja, momentan bin ich sehr eingespannt und es ändert sich erst in der nächsten Zeit und dann gibt es auch viel mehr Legungen. Wenn du mich abonnierst, dann bitte mit Glöckchen, weil eben regelmäßig werde ich Videos hochladen, aber in unregelmäßigen Abständen, Zeitabständen. Das heißt, dass du keins verpasst, darfst du natürlich das Klingeling, ja, mit abonnieren, gell? Und ich freue mich schon drauf auf die nächsten Legungen, Runden und mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, sei mutig und die mutigen Seelen werden belohnt. Deswegen folge deinen Ruf des Herzens. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir das Allerbeste. Lass es dir gut gehen. Bis bald.